Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade Warband. Nach der desaströsen, ewig langen Folge, die wir im letzten hinter uns gebracht haben, also in der letzten nämlich, haben wir es jetzt tatsächlich geschafft, unsere Truppen aus der Belagerung herauszuziehen, sind von den Banditen geflohen und sind jetzt hier drauf und dran, uns mit Lebensmitteln zu versorgen. Eine ganz wichtige Sache für uns. Ja, die einen Spenare können sie behalten. Ich persönlich muss mich jetzt erstmal etwas sammeln. Das werde ich damit tun, indem ich jetzt das ein oder andere Dorf hier aufsuche, Truppen rekrutiere und Nahrungsmittel einkaufe. Danach noch bei der Stadt vorbeischau und schaue, ob ich entsprechend noch mehr Nahrungsmittel einkaufen kann. In der Zwischenzeit können sich die Leute in unserem Gefolge, die noch nicht getürmt sind, etwas erholen. Die haben Geld, die können mit Sicherheit ein paar Waffen gebrauchen. Oh. Jetzt wird sich die teuren Waffen nicht zuerst verkaufen. So, besser. Naja, okay. Ähm. Weiter geht's. Die haben sich auch jetzt erstmal wieder aufgefrischt. Zum Teil ein paar von ihnen zumindest. Da ist ein Buja unterwegs. Das gefällt mir nicht. Die Verwaltung dieses Dorfes. Das bekommt sofort eine Schule. Und wir kaufen den Bauern das Brot ab. Wir machen günstig Eisen. Es geht jetzt nicht darum, dass ich unbedingt Eisen bräuchte. Es geht eher darum, dass ich versuche, den anderen Kram loszuwerden. Und das geht nun mal nur im Verkauf von, oder im Kauf oder im Tausch von Ware. So. Einmal in die Stadt und dann mal schauen, ob wir in eine andere Stadt von uns auch noch müssen. Um uns entsprechend die Nahrungsmittel zu besorgen. Vor allem die Soldaten, die wir brauchen. Wir brauchen noch Unmengen Soldaten. Hallo Buchhändler, hast du inzwischen neue Bücher gekriegt? Nö, hat er nicht. Dafür hat er aber immer noch Geld von uns. Und das bedeutet, wir können ihm ganz viel Mumpets andrehen. Naja, mehr nicht. Mehr Platz hat er leider nicht. Gerade. Oh, den kann ich gebrauchen. Oh ja, verkaufen, kaufen. Kriege ich wieder endlich Platz in meinen Gefängnissen. Ach, weg damit. Wenn ich wieder Platz habe, kann ich wieder mehr von denen mitholen. Und kann wieder daran verdienen. Sehr schön. Und euch frage ich auch, ob ihr mitkommt. Geh weg Buchhändler. Hier lassen wir noch mal kurz feiern. Damit unsere Leute etwas fröhlicher sind. Das Volk hier in der Stadt auch. Und dann noch mal zum Markt. Hier kann ich wieder Käse kaufen. Käse, das ist gut. Brot nehme ich auch mit. Und Obst. Natürlich Obst und Körner. Das sollst du einige Zeit lang ernähren. Geht natürlich lieber mehr unterschiedliche Sachen. Aber gut. Das lässt sich jetzt nicht ändern. Und auch noch nicht einrichten. Und schon wieder am Eisen verdient. Das nehme ich auch gerade mit. Ah, so. Mag es nicht, wenn es irgendwo mitten im Inventar rumfliegt. Gut. Meine Lieblingswaffe haben sie immer noch nicht. Schade. Dann würde ich sagen. Kurav. Kurav ist eine nicht feindliche Stadt. Die werden wir aufsuchen. Wiederum rekrutieren. Und hoffentlich erholen die sich irgendwann. Beziehungsweise wir machen es anders. Wir können die hier nicht die ganze Zeit hinter uns her reiten lassen. Ich möchte den Feldzug beenden. Dankeschön. Ach, jetzt halten sie weg. Gut. In der Zwischenzeit werden wir selber unsere Leute rekrutieren. Wieder etwas ausbilden. Und mit etwas Glück haben wir dann auch gleich wieder die Möglichkeit, unsere Truppen zusammenzurufen, die Stadt erneut anzugreifen. War ja ein kompletter Reinfall. Aber wir haben es geschafft, die feindlichen Truppen zu reduzieren. Das ist ganz wichtig. Zukünftige Angriffe werden viel einfacher stattfinden. Oh, Anbrustschützen. Ich nehme mich mit. Dankeschön. Schade. Ich kann hier keinen festschmeißen. Die haben auch günstig Eisen. Da kann ich jetzt nicht widerstehen. Das ist so mein Händlerherz. Das Werkzeug ist hier auch günstig. Tut mir leid. Ich kann einfach nicht anders. Immer noch ein paar lecker Trauben mit. Ein bisschen Korn. Großfleisch ist sinnfrei. Brauchen wir nicht. Hell wäre eigentlich ganz günstig. Aber lassen wir hier. Wein. Oh, da weiß ich jetzt die Preise nicht mehr. Zu lange nicht mehr gehandelt. Schon weiß ich es nicht mehr. Also gut. Wir selbst haben noch 20 Plätze frei. Infanteristen draus. So, 20 Plätze haben wir noch frei. Die sollten wir auch irgendwann füllen. Versuche ich mal mit den Nordtruppen zu machen. Da können alle anderen mehr oder weniger Fernkämpfer oder eben Reiterei werden. Das klingt nach einem Plan. Und wenn wir mehrere Tage ingame wieder hinter uns gebracht haben, sollten auch ein paar von unseren Fürsten wieder ihre Ressourcen aufgefrischt haben. Und wir können dann glatt nochmal losreiten. Und Was sollte ich sagen? Ach ja, wir könnten dann glatt nochmal losreiten und ein paar Fürsten des Feindes jagen. Beziehungsweise noch wichtiger endlich meine Burg oder Stadt einnehmen. Boah, das war echt eine Pleite. Gut, cool. Wir haben lang keinen Kohl mehr gekauft. Und Werkzeug und Eisen gäbe ich hier richtig Geld, aber es ist nur ein Dorf. Das heißt, es bringt uns nichts. Die Stadt ist dafür viel geeigneter. Ich weiß, es hat keinen Sinn. Ich habe genug Geld im Moment im Spiel. Das heißt, ich brauche eigentlich den Handel gar nicht. Aber so kommt man auch wenigstens in die anderen Dörfer wieder rein. Und hat dann ab und an die Möglichkeit, eine Schenke aufzusuchen. Zu sagen Hallo, Landskarte. Ich möchte dich mitnehmen. Lisa, nein, ich brauche ich nicht. Hey, Schankwirt. Ich möchte einen Humpen heben. Und diese Gelegenheiten sollte man ausnutzen. Habe ich hier schon einen Ruf von 6. Das ist echt gut. Ähm, Waffenhandel. Hat nicht die Sachen, die ich haben möchte. Hat aber Geld. und kann ein bisschen was von dem Eisen und dem Werkzeug bezahlen. Hm. Reicht? Reicht. Perfekt. Käse mit. Auch nicht mehr so viel von. Dörfleisch hat mich schon mit Ewigkeiten nicht mehr. Ein paar Trauben können wir haben. Der Rest ist nicht so interessant. Schade. Und auf zum nächsten Dorf. Wir haben noch Platz. Ich habe nicht auf die Provokationen reagiert, die mir angetan hatte. Ja, habe ich wirklich nicht. Und jetzt habe ich ein wenig Ansehen verloren. Das war nicht so gut. Und was soll's. Ich habe bestimmt schon genug Ansehen verloren, als ich diese Burg hier, die Stadt angegriffen habe und sie nicht bezwungen habe. Und reiten wir noch bis nach Tier. In der Nähe wird irgendwo gekämpft. Ich weiß noch nicht, wer gegen wen und wo. Wir haben wirklich nichts zu futtern. Also nichts Anständiges. Wir haben einen hochpreisigen Braten, der mir nach ein paar Tagen verdirbt. Das kann ja nicht der Sinn der Geschichte sein. Nehmen wir noch ein paar Armbrustschützen mit. Wenn wir sowieso keine Bauern kriegen, die uns folgen. Ja, schade. Und wieder haben sie meine Armbrust nicht. Salz ist günstig. Oh ja, tolle Nahrung. Abwechslung, Abwechslung, Abwechslung. Nehmen wir noch Früchte mit. Woll, Trauben, Käse. Eine der früheren Folgen haben wir gesehen, was passiert, wenn wir nicht genug Nahrung mit uns rum tragen. Oh, Butter. Butter aufs Brot. Das freut das Volk. Ja, hier wird Salz günstig gut. Händlerherz, beruhig dich. Wir werden es in andermal vielleicht wieder machen mit dem Handeln. Vorerst aber nicht. Und Truppenzahl ist voll. Sehr schön. Wir werden noch ein bisschen fördern. Wir werden fördern. Hier machen wir Schermützler draus. Dort werden Fußsoldaten. Ganz klar. Ich schaue, wie weit bist du eigentlich mit deinem Stufenaufstieg? Ach je. Das wird nicht besser. Gut, fertig. Dankeschön. So, dann kreisen wir mal um Kudan. Aus dem einfachen Grund. Dort können wir vielleicht den ein oder anderen Fürsten fangen. Ach, sieh mal an. Gerluchs versteht sich mal wieder besser mit uns. Nachdem er uns schon gehasst hat, nimmt er uns weniger als Hassgegner wahr. Unser Ehemann. Dafür wird er noch bezahlen, dass er einfach abgehauen ist. Mit meinem Reich. Also mit meinen Ländereien. So wie es aussieht, haben die Nord mächtig Probleme. Die bringen hier immer mehr Ärger vom Sultanat. Also, äh, oder bekamen immer mehr Ärger vom Sultanat. Oh ja, das ist gut. Das Sultanat erklärt den Weg in den Krieg. Natürlich wollen sie jetzt Kudan haben. Jetzt wo Kudan vorgeschwächt ist. Äh, das ist unschön. Schwertkämpfer. Ich glaube, ich brauche noch ein paar Infanteristen. Die werden jetzt gleichmäßig aufgeteilt. Nord werden alles Nahkämpfer. Sehr schön. Und weiter geht's. Jetzt darf ich natürlich nicht allzu schnell wieder in den nächsten, äh, Feldzug reinrauschen. Denn wenn ich das mache, habe ich das Problem, dass meine Gefolgsleute immer noch Rekruten ins Kampfgeschehen schieben. Und das bringt mir prinzipiell gar nichts. Alles klar. Da ist jemand, der unbedingt mit uns kämpfen will. Sondern haben. Woher weiß ich, dass er unbedingt mit uns kämpfen will? Ganz einfach, er ist nicht schnell genug weggelaufen. Jemand, der mich ein bisschen mag, aber noch nicht genug. Deshalb werden wir erstmal noch ein bisschen auf unsere Seite prügeln. Indirekt nehmen wir zuerst verprügeln. Das macht schlechte Stimmung bei ihm, aber wenn er gefangen genommen wird, können wir ihn einfach beilassen und er ist dann wieder besser gelaunt, was uns angeht, wenn wir so ehrenhaft sind. Und irgendwann ist er so gut gelaunt, dass er sagt, oh, ich wechsle rüber zu Friedensreich. Ja, toll. Gut, Kavallerie davor. Die sollten das eigentlich regeln. Ja. Oh ja, das klappt. Wenn so eine gesunde Kampfeslinie aufgebaut wurde und die Kavallerie kann auf voller Front angreifen, da stehen die voll drauf. Und wenn sie dann noch den Rücken des Feindes sehen, das macht Spaß. Hat man gesehen, so schnell sind die Feinde umgefallen. So, Jungs. Ich glaube, das haben wir gleich geschafft. Da brauche ich mich gar nicht mehr drum zu kümmern. Das machen die schon. Wunderbar. Wenn wir noch mal ran müssen oder ob dann die Verstärkung eingetroffen ist, glaube ich, wir müssen nicht mehr ran. Das waren alle. General konnte fliehen. Na gut, wollten wir nicht für uns gewinnen. So schlimm ist das nicht. Juhu, wertloses Material. Ach, kommt, das nehme ich gar nicht mehr mit. Geht uns ja schon gut. Äh, nö. Das hat sich erledigt. Ich habe jetzt aber erstmal eine andere Idee. Wir müssen kurz nach Halma. Denn, in Halma ist unsere Hauptstadt. Und, da sollten wir vielleicht mal schauen, ob neue Generäle versuchen, sich uns anzuschließen. Da wäre immer quietschvergnügt, unser Land vergrößern. Oder zumindest schneller vergrößern, als, äh, wir zurückschrumpfen. Und dementsprechend gehe ich mal davon aus, ich brauche mir Infanterie, gehe ich davon aus, dass sich vielleicht jemand wieder dafür interessiert, auf unserer Seite zu kämpfen und auch ein Kuchenstück abhaben möchte. Deshalb einfach mal gucken. Das wäre dann wieder ein weiterer General, der unser Land beschützen kann. Oder, ähm, für Stänkereien im Land sorgen kann. Das ist mir aber auch noch egal. Eine weitere Truppe, die uns vielleicht im Feldzug folgt. Das wäre auch wieder was ganz Interessantes. Dann bekämen wir noch eine größere Chance, Skudan und derartige Sachen an einzunehmen. Und sollte uns das dann gelingen, können wir dann rüber nach Rivershek, ganz oben an der Nordküste. Und danach könnten wir die einzelnen Burgen noch von der Vergier-Rendereien einnehmen und hätten wieder einen Kontrahenten, einen Konkurrenten, aus dem Rennen geworfen. Ah, das sind so kleine Truppen. Unglaublich furchtbar schlecht. Die brauchen ewig mit den Rekrutierungsarbeiten. Und dann haben sie noch nicht mal gute Truppen, sondern eigentlich eher Rekruten. Ah, Säufer. Tut mir leid. Hier kann ich das so nicht durchgehen lassen. Wo ist er denn? Bin ich nicht auf dich geschlagen? Naja, was für eine Verschwendung. Armbust Landsknecht, ich hätte euch gern mitgeholt. Mach ich nachher noch. Erst feiern wir. Dann Garnison. Ich habe zwei Huskale, die wollen hier bleiben. Und drei weitere Elite-Soldaten. Und dafür nehme ich jetzt fünf Armbustschützen mit. Ja, fünf statt sechs macht nichts. Kann ich mitleben. Ja. Nahrungsmittel sind keine tollen dabei, aber wenigstens haben sie Geld. Können wir den Mumpitz hier abkaufen. Über diese Löcher im Nahrungsdepot. Und wieder nicht meine Armbrust. Ah, in die Burg wollte ich noch gehen. Deshalb bin ich ja überhaupt hierher gekommen. Okay, Matthias möchte uns schwören. Ja, ich akzeptiere euren Schwur. Mattheld. Wie kann ich den Zusammenhalt stärken? Im Moment kann ich nichts in der Richtung machen. Das ist dann momentan alles. Recht gehabt, einer wollte wieder zu uns. Das ist gut. Und jetzt werden wir erst mal nach Kudan reisen. Ich glaube, wirklich effektiv kämpfen vor Kudan oder um Kudan. Wenn wir erst wieder in den nächsten Folge dass da wird jetzt eher der lange Trip dahin. Aber das gehört leider auch dazu. Dann müssen wir halt leider mit leben. Oh, Training war gut. 7700 Erfahrungspunkte für unsere Leute. Das ist zumindest mal eine Hausnummer. Infanterie. Mal mich, mir fehlt massiv. Infanterie. Wettkämpfer, sehr gut. So, Kavallerie. Das sind Bogenschützen. Und ja. Das waren alle. So, dann schauen wir mal in Roduna nach, ob da sich wieder irgendwas getan hat. Ob das Dorf jetzt noch weiter ausgebaut werden kann. Ihr merkt, ich versuche mir sind Zeit zu schinden. Oh, Korn. Nehmen wir einfach mal mit. Die Lücken werden ja wieder groß. Das Problem, je größer die Armee ist, die man mit sich rumschleppt, umso mehr Nahrungsmittel braucht man auch. Ich würde den versuchen anzugreifen. Ja, ich bin schneller als er. Bevor er hier irgendwelchen Unfug in meinen Ländereien macht. Und wieder gibt's Geld. Also Nahrer ist momentan eine sehr florierende Stadt, stelle ich fest. Ich kriege immer noch 10.000 in der Woche an Bonus raus. Ah, äh, okay. 0,6 und war schneller als der Feind. Ich glaube nicht, dass er in der Nähe irgendeine Stadt oder Burg hat, in der er sich verstecken kann. Also ist er gleich fällig. Ja, als wir uns das letzte Mal trafen, habe ich dich freigelassen. Keine Angst, das werde ich wieder tun, wenn ich dich gefangen nehmen kann. Ähm. Vergreif mir erst mal den Feind an. Aber wir überrennen ihn einfach. Dafür haben wir genug Kavallerie. Vielleicht geht auch mal einer von den Kavalleristen über den Jordan. Dann können wir da Infanteristen wieder für ausbilden und rekrutieren. Aber im Prinzip glaube ich eher, dass wir den Feind niederreiten. Das Ganze relativ schnell erledigt werden kann. Da sieht man schon, Lesalit und Katrin haben schon die ersten Opfer gefunden. Genau zwischen denen durch, das ist echt nicht gut. Aber wieder einer besiegt. Demons hat auch nicht so nämlich viel. Das ist ein bisschen dunkel. Aber dafür sind unsere Truppen total fit, was das angeht. So, ich glaube, das war's. Hat der gut gemacht, Leute. Ich hab' das mal gesagt. Okay, der erste Meister hat es nicht geschafft. naja er schmerzbar buch haben ach komm das nehme ich schon nicht mehr mit den können wir jetzt gleich mal nach rekrutieren den verlust da ist er ja wohl einer rekrutiert noch ein korn und ein bisschen kriegskrams meck verkaufen und wieder auf der reise nach kodun das wenn wir bei erster nächsten folge wieder machen bis dahin gute nacht da draußen was immer ihr sein mögt